Dakshinarda-pada-padmasana ist der halbe Lotus mit rechtem Fuß unten. Gib den rechten Fuß unter den Oberschenkel und den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Und das ist Dakshinarda-pada-padmasana, der halbe Lotus mit dem rechten Fuß unten. Manche Menschen finden das die beste Meditationshaltung, manche haben lieber den linken Fuß unten. Wenn du einmal deine Stellung gefunden hast, bleib bei der Stellung für die Meditation, solange bis du entweder noch eine fortgeschrittenere Stellung machen kannst oder merkst, dass du diese Stellung mal vorübergehend nicht so gut kannst.